Jo Leute, was geht ab? Es ist ja schon eine Ewigkeit her, dass es auf diesem Kanal um ein Rap-Thema ging. Und das fand ich ziemlich schade. Und ja, ich habe mir bei so einer großen Thematik auch überlegt, Shibi, mach doch einfach mal einen Livestream, indem du die JBB 2018 Quali-Phase nochmal Revue passieren lässt. Und dann ist mir aufgefallen, ja, wäre noch nie gestreamt. Vielleicht denkt ihr euch ja jetzt, ja, klingt interessant Shibi, streame doch mal auf YouTube. Dann hinterlässt euer Interesse einfach mal in den Kommentaren. Dann sehe ich, dann ich wie es sind. Und ja, heute sehen wir uns also erstmal wieder on-live, aber trotzdem exklusiv oder so. Aber ich hoffe trotzdem, ihr habt, also ihr, die JBB-Begeisterten, habt ein bisschen Zeit mitgenommen. Und es werden gerade schon mal ein paar Stichwörter eingeblendet, damit ihr jetzt seht, wow, 50 Minuten Watch-Time wahrscheinlich oder so. Um was geht es denn überhaupt? Es gab ja um das JBB 2018 viel Tarra, denn so wie die ganze Quali-Runde lief, ja, hat sich das JBB wahrscheinlich keiner vorgestellt. Ich habe auf meinem Rap-Kanal immer kurzatmig meine Einschätzung für den Teilnehmern gegeben, Kanal in der Infokarte, aber recht mehr habe ich dann eigentlich nicht thematisiert, obwohl ich bei der ein oder anderen Sache doch immer mal wieder am innerlichen explodieren war. Äh, ich sagte innerlich. Und ich denke, es ist nun gut, wenn alles mal raus kann. Für mich ist das meiste, was ich sagen werde, wieder selbstverständlich, aber den Spruch sage ich nun auch schon seit gut fünf Jahren und ich werde immer wieder belehrt, dass meine selbstverständliche und teils völlig offensichtliche Meinung dem ein oder anderen die Augen öffnet. Denn die sehen das halt dann trotzdem anders. Verstehe ich auch nicht ganz, aber so soll es wohl sein. Ende März kam die JBB-Ankündigung, welche auch sehnsüchtig von der Mehrheit erwartet wurde. Fast eine Million Aufrufe sprechen bei einer Ankündigung schließlich für sich. Die Ankündigung für das JBB 2017, ja, zu der Zeit noch 2017, wurde auch ganz gut angenommen. Klar, man kann sich wie jedes Jahr über die Bewertung, das Preisgeld, die MP3-Downloads und so weiter streiten, aber da wird man nie auf einen Nenner mit der kompletten Community kommen. Trotzdem gab es aber zwei Themen, die mir persönlich, äh, ziemlich aufgestoßen sind, sagen wir es mal so. Und die schlimmste Aussage war die hier. Ich will Musik, die man sich im Auto geben kann, mit Punchlines, die Mütter ficken. Oder durchgeknallte Spastis aus der Hall of Shame. Apropos, es wird kein Mini-JBB und keine Hall of Shame geben. Stattdessen dürfen auch Hall of Shame Opfer gegen die richtigen Rapper antreten. Genauso wie in der Cypher geht es darum, besonders aufzufallen, entweder mit purer Behinderung oder mit Skill. Solche Paarungen wie Big Jigger Jay gegen Johnny Dixon, MC Pitt gegen Sensor oder Fucking gegen Gary Washington, wären Battles, die natürlich eindeutig gar nicht sein könnten. Aber warum soll es sowas nicht auch geben? Nun ja, vielleicht weil es langweilig und kacke ist, mit solchen Aktionen bewegt sich das JBB irgendwie zum DSDS-Format. Und gerade bei DSDS habe ich mal eine legendäre Aussage von K1 gesehen. Ich versuche sie mal sinngemäß zu zitieren. Erscheinung geil, Augen geil, Arsch geil. Stimme, naja, scheiße. Aber da wir hier nicht bei The Voice sind, bekommst du von mir ein Ja. Deutschland sucht den Superstar. Oder eher gesagt, der Teil Deutschlands mit einem Intelligenz-Kotienten an einer schimmligen Socke sucht den Superspack mit brauchbarer Stimme und absolut keinem, nicht mal ansatzweise guten Lied. Versteht ihr? Man sollte den Fokus doch auf dem Wichtigsten lassen. Also Musik, beziehungsweise Rap, beziehungsweise Battle Rap. Nun kommt Julien daher und sagt, Nun gut, wir haben genug Teilnehmer, die das überhaupt nicht können, aber hey, sie unterhalten mich. Naja Digga, aber wenn es dich so gut unterhält, dann mach doch einfach wieder die Hall of Shame. Wenn ich das JBB schaue, dann erwarte ich einen Fight auf Augenhöhe und nicht Battles, bei dem ich schon weiß, hey, dieser und jene Teilnehmer gewinnt, bevor die Runden überhaupt online gekommen sind. Ihr dürft mich da nicht falsch verstehen. Grundsätzlich habe ich gegen diese Teilnehmer nichts, denn auch die Hall of Shame damals fand ich super unterhaltsam. Aber nun zu sagen, ja, wir nehmen die Könner und die Nichtskönner und die battlen gegeneinander, ja, finde ich halt ziemlich wack. Die zweite Aussage, die ich stören fangt, war die hier. Ich weiß noch nicht, wie viele ich nehmen werde, aber in der Cypher waren es zu viele. Da sind wir uns alle einig. Der Plan ist es, 16 überkrasse Motherfucker zu nehmen. Aber wenn es zu viele krasse Motherfucker werden, dann nehme ich halt 32. Ich will es aber diesmal lieber so klein halten wie möglich. Ich habe auf meinem Rap-Kanal ja Einschätzungen gegeben. Also Top-Favorit, Favorit, Geheim-Favorit und 0,0-Favorit. Hier nochmal mein Ergebnis und nochmal kurz für alle zur Erläuterung. 0,0-Favorit haben die Teilnehmer erhalten, bei denen ich mir einen Einzug ins Viertelfinale nicht vorstellen kann. Also ein Sieg kann schon gehen, mehr aber nicht. Meinetwegen hätte man also alle 0,0-Favoriten getrost weglassen können. Dann wären wir noch bei 17 Teilnehmer und einen Geheim-Favorit abzusagen, hätte man wahrscheinlich auch überlegt. Ich will damit sagen, dass 32 JBB-Teilnehmer schon okay sind, wenn die Qualität passt. Aber die passt eben nicht. 16 über Teilnehmer und ab dem Viertelfinale hin und Rückrunden hätte ich beispielsweise mehr gefeiert. Denn ein Battle-Turnier ohne Rückrunden ist für mich persönlich halt weiterhin kein richtiges Battle-Turnier. Aber nein, scheiß auf Rückrunden. Machen wir lieber ein Sechzehntel mit viel Whacker-Scheiße. Aber sehen wir das doch mal alle nicht so negativ. Die Ankündigung ist raus, die Fristabgabe ist nun auch vorbei. Und nun warten wir einfach, bis die Qualis online kommen. Und wir warten, und wir warten, und wir warten, und wir warten, und wir warten. Und siehe da, wir mussten fast nur 4 Monate warten, bis die erste Quali vom Psycrow mitten in der Nacht hochgeladen wurde. Taggleich dachte sich Julien wohl auch, oh es ist ja doch schon Juli und mit 32 Teilnehmern wird das Turnier doch ein bisschen dauern. Tadaa! Und so wurde aus dem JBB 2017 das JBB 2018. Doch das war noch nicht alles, denn Julien ließ mal wieder seine Spontanität spielen und so kamen taggleich zwei Analysen online. Jedoch nicht von Julien, sondern von Jay und Hai Blub Blub. Womit wir beim nächsten Thema sind, denn die JBB 2018 Quali lief ohne Julien. Wie eben erwähnt, die Analysen wurden meist von Jay und Hai Blub Blub hochgeladen. Und das war's. Und bei all diesen Möchtegern-Breaking-News-Spongeboss hat sich den kleinen Finger verstaucht. Rap-Blocks muss man Julien ja eine Sache zugute halten. Er hat sich die zwei besten ausgesucht. Aber Julien hat eben einen entscheidenden Fehler gemacht. Denn er hat die beiden genommen und den Zuschauer einfach aufs Auge gedrückt. Es hieß nicht, hey Leute, ich hab aktuell keine Zeit oder keine Lust auf Analysen, das machen nun andere. Nein, es war einfach Friss oder Stirb. Dementsprechend hoch war der Unmut. Denn nicht jeder, der einen Julien's Block erwartet, aber dann einen Hai Blub Blub oder Jay bekommt, ist damit zufrieden. Ich meine, Julien's Block Battle hat ja über eine Million Abonnenten. Und er hat einiges an Fremd-Content hochgeladen. Aber trotzdem hat diese Aktion einen Jay nicht den ultimativen Push gegeben. Jay hatte vor seinem ersten Upload auf dem JBB-Kanal etwa 27.000 Abonnenten. Und da finde ich es schon erschreckend, dass er durch den JBB-Hype seine Aboanzahlen nicht mal annähernd verdoppeln konnte. Wie gesagt, wir reden hier von einem Push, der von einem Kanal mit einem Millionen Abonnenten ausgeht. Natürlich profitiert ein Jay völlig zu Recht auf ganzer Linie. Aber das Ausmaß hält sich in Grenzen. Und da kommen wir zum springenden Punkt. Klar gibt es eine Zielgruppe von Leuten, die sehen möchten, hey, wie ist die Meinung von YouTuber XYZ zu den Qualifikationen. Aber Fakt ist nun eben auch, dass sich die meisten nur für die Meinung von Julien interessieren. Weil der macht das halt auf seine Art und Weise. Der sagt nicht nur, Jibi ist der beste YouTuber auf der Erde. Nein, er sagt, Jibi der Hurensohn ist der beste verkackte YouTuber auf dieser Erde. Auch wenn er aussieht wie eine Kreuzung aus Hut, Sohn und Bastard, welche man gerade ins Gesicht geschossen hat. Yeah. Und letzteres empfindet eben genau auch der junge Zuschauer für verboten und dementsprechend auch für viel unterhaltsamer als normale Kritik. Hey, der ist eigentlich ganz sympathisch. Ja, das reicht aber nicht. Deswegen sehen wir in den Trends meistens eben Leute, die total am Rumspacken sind. Denn den Kindern gefällt es eben. Es ist unterhaltsam. Ich verstehe es auch nicht immer. Dass Julien die Analysen anderen überlassen hat, ist überhaupt nicht schlimm. Aber er hätte sich und vor allem auch den anderen YouTubern einen Gefallen getan, wenn er es vorher einfach angekündigt hätte. Ich meine, ein kleines Statement auf Facebook hätte doch gereicht. So gab es von den Zuschauern eben viel Hate. Weil einiges anders lief. Beziehungsweise nicht so wie erwartet. Passend dazu muss ich euch kurz erzählen, was ich da am schlimmsten fand. Und zwar war das ein Video von Reportagen, welches nach einigen Qualis hochgeladen wurde. Also ich habe zuvor schon ein, zwei Videos von ihm gesehen und dachte mir, ja, ziemlich nicer Dude. Aber dann sah ich das Video, Juliens Masterplan geht auf. Und ei, 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 ei. Der hat die Geschichte einfach umgedreht. Und gesagt, nun gut, alles was euch nicht gefällt, hat Julien genauso geplant. Damit das JBB relevant bleibt, man darüber spricht und so weiter. Er hat Julien fast vier Minuten lang die Eiche geleckt. Und so getan, als wäre Julien der Gott, Herzog, Allwissende, Daddy, der alles was passiert ist, vorausgesehen hat und alles so bewusst gemacht hat. Nein, das klang alles ultra spannend, unterhaltsam, augenöffnend und vielleicht auch ein bisschen logisch. Aber jeder, der nicht dumm wie Kacka ist, weiß eben auch, die Realität sieht meistens anders aus. Die Realität ist meiner Meinung nach auch viel schneller erzählt. Denn Julien weiß natürlich, dass die JBB-Quali ein Selbstläufer ist und hat sich auf das fokussiert, was ihm zu diesem Zeitpunkt und wahrscheinlich auch noch jetzt wichtiger war. Seine eigene Rap-Karriere. Heißt also, der PA-Dist bzw. sein Album haben aktuell für ihn die höchste Priorität. Ich meine, natürlich baute er im JBB zum Beispiel einen David Nine ein, weil er sich da von Anfang an einen gewissen Hype verspricht. Also, das werfe ich ihn jetzt einfach mal so vor. Denn einen David Nine nehme ich eben mit ins Turnier, da ich dann ein Echo von den Medien und YouTubern erwarte, mit Schlagzeilen wie der jüngste Battle-Rapper Deutschlands und so weiter. Das ist ja völlig klar. Aber ich kann halt nicht sagen, dies und das lief schief und dies und das wollte Julien aber so, damit das Promo gibt. Das stimmt halt einfach nicht. Denn Fakt ist, die JBB-Quali hatte ein viel größeres Potenzial, welches eben absolut nicht ausgeschöpft wurde, da Julien für das JBB eben keine Zeit gefunden hat. Klingt unspektakulär, ist aber so. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja Schibi, da sagst du so einfach, was wäre denn deiner Meinung nach erfolgreicher gewesen? Tja Leute, kein Problem. Ich nenne euch mal eben drei Sachen. Erstens, Analysen von Julien. Hätte die Leute mehr interessiert, hätte für mehr Klicks gesorgt und durch Juliens provozierende Art eben auch für mehr Aufmerksamkeit. Warum hat er es nicht gemacht? Wahrscheinlich keine Zeit dafür. Zweitens, nicht pro Tag nur eine Qualifikation. Ja, es hat den Teilnehmern zwar ein gutes Spotlight gegeben, aber fielen eben nur für diesen einen Tag. Die Klickzahlen wurden weniger und weniger und so haben einige JBB-Qualis nicht mal die 200.000 Aufrufe erreicht, da es vielen Zuschauern einfach zu langatmig war. Und warum hat es Julien dann so gemacht? Ja, entweder um die Zeit möglichst in die Länge zu ziehen, denn der PA das war ja, wie wir schon gelernt haben, in der Mache und priorisiert. Oder was auch nicht abwegig wäre, er dachte tatsächlich, das System sei das Beste, wenn es um die Aufmerksamkeit für die einzelnen Teilnehmer geht. Hätte ja gut sein können. Aber war halt nicht so. Drittens, ein Qualifikationsvoting wie jedes Jahr. Dieses Jahr gab es nämlich keine Competition, sondern die Qualifikationen waren halt Qualifikationen. Und alle sind für das Turnier fest qualifiziert. Langweilig. Ein Quali-Voting, von denen eben nur eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern ins Turnier kommt, hätte dem Turnier in vielen Belangen besser getan. Warum? Ganz einfach. Die Fanboys von XYZ hätten den Track viel mehr geteilt, denn er brauchte ja schließlich Aufrufe und Daumen nach oben, um ins Turnier zu kommen. Und das hätte Julien wiederum mehr Aufmerksamkeit und Klicks gebracht. Und warum hat er es nicht gemacht? Ja, das wäre Arbeit gewesen. Und wir haben gerade schon 5000 Mal gelernt... Ich denke, für euch ist nun verständlicher, was ich in Bezug auf Rapportagen gemeint habe. Klar kann man sagen, Julien, du Gott, du hast alles gewusst, du hast das alles erahnt und es lief doch eigentlich alles super und super Promo. Ja, aber man kann eben auch sagen, nein, Julien, du hast das Potenzial nicht ausgeschöpft. Es wäre noch viel mehr drin gewesen. Und ist das nun ultra schlimm, dass Julien sich keine Zeit für die Qualis genommen hat? Nein, ich denke nicht. Julien hat sich für die Battles ja wieder angekündigt. Und wenn wir ein paar knackige Battles mit einem paar knackigen Analysen haben, ist die Qualifikation wahrscheinlich wieder vergessen. Fakt ist aber, Julien hat uns mit den Qualifikationen nicht gefickt, sondern eher gelangweilt. So, ich finde, das klingt alles immer so negativ, obwohl ich das gar nicht so meine. Hm. Aber es gibt noch eine Sache, bei der ich Julien in Schutz nehmen muss. Und da geht es um die Teilnehmer an sich. Egal ob am Anfang, in der Mitte oder dem Ende der Quali-Phase, man hat immer viel gelikete Kommentare gesehen, à la... Das schlechteste JBB überhaupt. So ein schlechtes Teilnehmerfeld gab es noch nie. Rapper XY macht nicht mit. Deswegen ist das JBB irrelevant. Bla bla bla. Klar ist es Julien schuld, wenn er 32 statt 16 Teilnehmer nimmt und somit die Qualität auf den ersten Blick schlechter erscheint. Aber Julien kann im ersten Step ja nicht bestimmen, wer teilnimmt. Klar haben sich viele einen Johnny Dixon gewünscht, aber wenn er keine Quali einreicht, kann Julien eben auch nicht zaubern. Kann man nach der Quali-Phase also schon sagen, das ist das schlechteste JBB überhaupt? Nein. Ganz bestimmt nicht. Das JBB war doch schon immer dafür bekannt, seine eigene Künstler groß zu machen. Ich meine, ja klar, einen Fortune zum Beispiel kannte schon jeder. Aber Julien hat mit seinem Turnier eben auch viele Künstler groß rausgebracht, die im VWT nichts gerissen haben oder vorher eben allgemein nicht auf der Bildschirmfläche waren. Außerdem kristallisieren sich die Fanlieblinge auch erst während des Turniers heraus. Könnt ihr euch beispielsweise noch an das JBB 2014 erinnern? Da hatte ein Diverse oder ein Smiles zum Beispiel ein viel besseres Voting-Ergebnis in der Qualifikation als ein Gary Washington oder ein Entertainment. Heute wäre das gar nicht mehr denkbar. Und so ist es im Endeffekt jedes Jahr beim JBB. JBB Newcomer stoßen zum Turnier, dann heißt es, äh, Rapper XY aus dem letzten Jahr wäre besser gewesen. Und ab dem Viertelfinale hat sich dann so ziemlich jeder auf die neuen Teilnehmer eingelassen. Und alles ist wieder paletti. Ende der Geschichte. Und die Moral der Geschichte? Man kann nicht über ein ganzes Turnier urteilen, wenn das eigentliche Geschehen ist, also die Battles, noch nicht mal stattgefunden haben. Es kann am Ende des Tages, beziehungsweise Turniers, natürlich schon sein, dass das JBB 2018 gefühlt das Schlechteste war. Aber das muss man eben erst einmal abwarten. Das erste Battle, also Grinch gegen David, wurde auf jeden Fall gut geklickt. Ich denke auch, dass Julians Bewertung wieder gut geklickt wird. Und nun muss man die Entwicklung natürlich abwarten. Denn andere Paarungen klingen eben nicht ganz so interessant. So, das waren also meine 50 Cent zum JBB 2018. Wobei, ja, das waren schon eher 4,25 Euro. Eure 2,21 Euro könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare posten. Wir werden uns hier und da unter dieser Kameraposition bestimmt nicht zum letzten Mal gesehen haben. Denn es gibt so viele Themen, über die man lange und ausführlich reden kann. Von dem her, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Snapchat, Instagram und wapp, wapp. Haut rein.